Hey Leute, hier ist mal wieder der Saar da. Oh ja. Und was machen wir heute? Das gleiche wie vorhin, denn ich habe vorhin einfach mal in meine Tüten reingegriffen, die ich mir extra für meine Reviews besorgt habe. Und dann werde ich einfach mir irgendeine Tüte mit einem Abzählreim heraussuchen und dann reingreifen und das erste, was ich bekomme... What the fuck? Das erste, was ich dann bekomme, das in der Tüte drin ist, was ich in der Hand halte... Ey, die Lampe macht mich verrückt hier. Das werde ich dann einfach probieren. Also ich habe eigentlich auch Hunger, ich habe Durst, also ich könnte alles gerade vertilgen. So, jetzt zählen wir mal ab. Ene mene muh und raus bist du. Die Realtüte ist es. Ja, ich darf nicht reinschauen. Ich weiß auch gar nicht, ob da real Sachen drin sind. So, jetzt greife ich einfach mal rein. Brotaufstrich mit Invert-Zuckercreme. Also Invert-Zuckersirup, das habe ich schon mal erklärt. Das ist einfach nur ein Zuckergemisch, das zu gleichen Teilen aus Fruktose und Glucose besteht. Also Glucose ist das gleiche wie Dextrose, also Traubenzucker. Auch zum Kochen und Backen. Ach, mit 20% Bienenhonig. Also da ist auch noch Honig drin. Der wie Biene Brotaufstrich mit seinem feinen Honiggeschmack gehört zu einem gelungenen Frühstück. Was hat man mich dafür bezahlt? Brotaufstrich 1,19 Euro. Ja, also eigentlich würde ich mir sowas niemals kaufen. Ich wollte halt mal für euch probieren oder auch für mich probieren, wie so ein komischer Honigaufstrich schmeckt. Ah, und ich erinnere mich noch, ja, den habe ich in der Backabteilung gefunden. Also wenn das jemand sucht im Real, das findet ja keine Sau. Das steht nicht bei der Marmelade und beim Honig, obwohl das Brotaufstrich heißt, sondern das war bei den Backwaren. Also vielleicht einfach von dem Markt falsch eingeräumt oder so. Invert-Zuckercreme, das ist natürlich sehr lange haltbar, über drei Jahre noch. So lange wird es auch wahrscheinlich dann bei mir herumstehen. Ja, nicht. Keine Ahnung, was ich damit mache. Vielleicht backe ich einfach damit. Die verwendeten Zutaten verleihen durch ihre ausgewogene Kombination Keksen und Lebkuchen ein einzigartiges Aroma. Ja, ja. Ja, aber trotzdem, warum heißt es dann Brotaufstrich, wenn das zum Backen gedacht ist, ne? Ja, ja. Jetzt machen wir das mal auf hier. Ja, man merkt schon von außen, man kann es gut eindrücken hier. Also das ist schon relativ weich. Also wenn das ein Honigaroma ist, dann... Ja, es riecht schon nach Honig, aber... Da riecht der Ohrenschmalz von meiner... Ach, vergisst's. Das sieht auch aus wie Ohrenschmalz, ne? Ja, da riecht das Ohrenschmalz von meiner Katze mehr nach Honig als das hier. Na ja, jetzt mache ich mal noch eine Nahaufnahme. Mein Leatherman ist noch leicht verschmutzt von meiner kleinen Lollipop-Aktion. So, das ist das Zeug, ne? Ja, also es hat eine Konsistenz wie ein cremiger Honig. Ich krieg doch ganz günstig Honig, die sind zwar nicht aus der EU, aber... Die sind auch gut. Wenn ihr euch so einen günstigen Honig holt von... Von gut und günstig oder so, die sind auch ganz in Ordnung. Natürlich könnt ihr auch 8 Euro für einen deutschen Honig ausgeben, aber... Wenn man kein Geld hat oder wenig Geld, dann würde ich immer den billigen Honig nehmen. Also... Ja, es schmeckt wie ein verdünnter Honig, ne? Also, wenn das wirklich nur 1,19 Euro kostet, wie ich gerade geschaut habe. Dann würde ich schon sagen, kann man das kaufen, wenn man jetzt nicht so viel Geld hat, ne? Also, ich finde es okay. Es hat einen guten Honiggeschmack. Man könnte auch nicht meinen, dass da nur 20% Honig drin sind. Haben sie wahrscheinlich auch einen extra intensiv riechenden Honig genommen. Ich sage absichtlich intensiv riechenden Honig, weil... Alles, was hier nach Honig jetzt riecht oder schmeckt, man sagt umgangssprachlich schmeckt. Aber was man hier jetzt schmeckt, das ist eigentlich ein Geruch. Probiert mal, wenn ihr krank seid und die Nase ist verstopft, versucht mal irgendwas noch herauszuschmecken. Jedes Suppe schmeckt einfach nur salzig und vielleicht ein bisschen süß, aber ihr nehmt da keine Aromen mehr wahr. Wenn ihr sowas nehmt, ihr haltet euch mal die Nase zu, nehmt eine Messerspitze und dann probiert. Aber die Nase wirklich zulassen. Ihr schmeckt nur süß, ihr schmeckt dann kein Aroma. Wenn der Geruchssinn weg ist, dann wird vieles nicht mehr geschmeckt, was man umgangssprachlich als schmecken bezeichnet. Aber die Geschmacksqualitäten sind eigentlich nur süß, sauer, salzig, umami, bitter. Also zum Backen könnte ich das schon empfehlen. Das ist bestimmt besser, als wenn man jetzt nur Zucker nimmt. Also für manche Sachen gibt es dann nochmal ein extra Aroma. Wenn man das Geld hat, würde ich aber sagen, holt euch lieber richtigen Honig. Am allerbesten ist natürlich deutscher Imkerhonig. Wenn ihr einen guten Imker kennt. Was ist denn hier los mit der scheiß Lampe hier? Wenn ihr einen guten Imker kennt und auch das Geld habt, dann könnt ihr euch natürlich zum Backen immer den teuren Honig nehmen. Aber die wenigsten von euch haben Geld im Überfluss, denke ich mal. Also wenn jemand ein Honigaroma möchte, aber will nicht so viel Geld ausgeben, kann er das nehmen. Aber ganz ehrlich, da kriegt ihr einen günstigen Honig genauso für das Geld. Aber wenn das 20% Bienenhonig ist und 250 Gramm hat es, dann sind gerade mal 50 Gramm richtiger Honig. Und so ein Honigglas, so ein billiges, das kostet, ich glaube, 3,50 Euro von Tipp im Real oder von gut und günstig oder was auch immer. Und da sind dann 500 Gramm drin. Das heißt, da ist gerade mal für 36 Cent Honig drin eigentlich. Da steht ja jetzt auch nicht, dass er von der EU ist. Also das ist irgendein Honig aus China oder wo wird noch Honig gemacht? In Afrika oder Südamerika oder sowas. Von irgendwo in der Welt kommt dieser Honig wahrscheinlich, weil sonst würden sie es nämlich fett draufschreiben, dass es aus der EU ist oder gar aus Deutschland, aber das kann nicht sein. Also wenn ihr Honiggeschmack drin haben wollt, dann holt euch am besten so einen intensiv riechenden Waldhonig oder sowas. Da habt ihr auch Honiggeschmack. Da habt ihr aber wenigstens was Ehrliches und nicht so einen komischen Aufstrich. Also was ist da drin? Inward-Zucker-Sirup-Glucose-Sirup-Honig. Ja, keine Ahnung. Ihr könnt ja auch ein paar Esslöffel Honig dann in das Backzeug reinmachen. Ansonsten probiert es mal, erweitert euren Erfahrungsschatz und dann sehen wir uns bald, Leute. Bei der nächsten Review gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr möchtet. Und dann heißt es wieder, bis zum nächsten Mal bei Mystery Foods.